Du willst auch so eine Total Conversion Mod wie die Apocalypse Now Mod hier spielen in 7 Days to Die? Weißt aber nicht, wie das geht? Dann bleib dran, denn ich zeige dir heute, wie man den Mod Launcher installiert und damit dann solche Mods auch installiert. Als erstes brauchen wir natürlich den Mod Launcher selber. Dafür gehen wir hier oben auf 7daystodiemodlauncher.org oder du tippst einfach bei Google 7daystodiemodlauncher ein. Dann müsste es eigentlich auch das erste Suchergebnis in Google sein, ganz oben. Dann kommt es auf diese Seite hier. Wer des Englischen mächtig ist, kann auch hier schön der Reihe nach gehen. How does it work? Hier wird das ganz genau erklärt. Da halten wir uns jetzt auch mal so dran. Hier steht als erstes Download, the Installer and Extract. Hier haben wir schon Downloads. Einmal für Windows, einmal für Linux. Für Mac gibt es das Ganze leider noch nicht. Übrigens ist hier unten auch noch eine FAQ. Und der zweite Punkt von oben, where can I find the old Mod Launcher Link? Da kriegt man hier. Downloaded hier. Hier ist der Link zum alten Mod Launcher. Ich zeige den mal hier. Das hier ist der alte Mod Launcher. Den gibt es so jetzt nicht mehr, außer über diesen Link. Damit arbeite ich noch. Wer das besser findet, optisch und so weiter, der kann den auch runterladen darüber. Aber wir erklären das jetzt hier an dem neuen Mod Launcher. Und dafür gehen wir einfach hier bei Windows auf Download. Dann sehen wir schon hier unten, das Ganze wird runtergeladen. Ist 200 Megabyte groß. Dauert ein paar Sekunden. Und wir sehen uns dann sofort wieder. Hast du das Ganze dann runtergeladen, hast du in deinem Download verzeichnet hier so eine ZIP-Datei. Naja, sieht man an den Büchern mit dem Gürtel drumherum. WinZip, WinRar, wie auch immer, Entpackprogramme halt. Damit kannst du das Ganze entpacken. Wir sehen das hier schon, WinRar, Zip-Archiv bei mir. Ich würde jetzt empfehlen, einfach rechtsklick, Neuordner. Und den nennen wir jetzt einfach mal Mod Launcher. Oder du kannst ihn nennen, wie du willst. So, da schieben wir das Ganze rein. Und jetzt haben wir einen sauberen Ordner, wo nichts anderes drin ist. Und man kommt nicht durcheinander. Wir machen jetzt einfach einen Doppelklick hier drauf. Schließen. Haben dann hier das Ganze noch einmal. Sehen, entpacken das. Das dauert immer ein paar Sekunden. Je nachdem, wie schnell dein Rechner ist, geht es schneller oder langsamer. Haben jetzt hier einen schönen Ordner. Und jetzt können wir hier reingehen. Und hier sehen wir schon die ganzen Dateien. Das meinte ich nämlich nicht, dass du nachher irgendeinen Dateien-Salat dann auf deinem Desktop hast. Und nicht mehr weißt, was was ist. So, wenn wir jetzt gucken hier. Run the Mod Launcher Executable. Dann gehen wir nochmal in den Ordner, den wir hier haben. Schwupp, schwupp. Und sehen, 7daysmodlauncher.exe. Nichts anderes als die Executable. Mal einen Doppelklick da drauf. Und das ist nichts anderes, wie jedes andere Spielprogramm oder sonst was auch. Wir sehen es. Loading. Also, das heißt, er führt das Ganze jetzt aus. Da müssen wir kurz warten. Er sucht schon, wo das Spiel ist. Und das ist jetzt die Oberfläche des Mod Launchers. Hier links, das sind alles links. Das lassen wir jetzt mal. Ja, ich glaube, das hier sind, da kann man spenden. Dann haben wir hier Twitter, Discord und so weiter. Also, wenn du da hin möchtest, kann man auch. Und jetzt sieht man hier schon, installed overhauls, apocalypse now experimental. Heißt, ich habe das hier auch schon mal probiert. Jetzt können wir gucken, install an overhaul, install my mods, add private overhaul, url, add existing install. Also, wir gehen hier oben auf install an overhaul. Und dann sehen wir schon, hier werden jetzt alle Mods aufgelistet, die der Kollege hat. So, dann sagen wir jetzt mal, wir wollen die Darkness Falls installieren. So, dann können wir hier auf install klicken. Und jetzt haben wir hier den nächsten Step. Copy from local, download from Steam. Das heißt, um diese Mods zu installieren, zieht er sich jetzt nochmal eine komplett saubere Kopie von 7 Days to Die. Entweder kannst du ihm sagen, er soll sie direkt von Steam runterladen. Oder aber, er nimmt die lokale 7 Days Vanilla Version, die du schon installiert hast. Hier ist wichtig zu sagen, man muss aufpassen. Manche Mods sagen, wir brauchen noch 20.4. Wenn jetzt aber schon die 20.5 rausgekommen ist und du es geupdatet hast, zieht er sich dann die 20.5. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wir sagen jetzt hier Copy from local und dann sehen wir schon, please pick a copy of 7 Days to Die. Dann können wir hier browsen und jetzt müssen wir in unsere Verzeichnisse gehen, wo halt 7 Days in Steam liegt. Jetzt muss ich auch mal gerade ein bisschen gucken. Ich glaube, das war auf D, Program Files x86 bei mir. Dann sehen wir hier unten Steam, dann gehen wir runter in Steam Apps, Common, 7 Days to Die. Das ist die Vanilla Version von 7 Days. Jetzt drücken wir auf Select und dann machen wir Start Copy. Und jetzt sehen wir, er kopiert das alles rüber. Das dauert ein bisschen, wir warten kurz. Ja, und wenn man dann eine Ewigkeit gewartet hat, ist die Mod dann so komplett installiert. Man sieht hier unten schön Mod installed at D Games, 7 Days to Die, Mods Alpha 20, Darkness Falls, Darkness Falls. Lustig ist das jetzt, was an der Maus klebt. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber das ist nicht schlimm. Hier links sieht man dann nochmal das Menü von eben, Install and Overhaul. Da können wir dann weitere installieren. Hier, wenn wir wollen, dann gehen wir wieder hier hin. So, müssen wir natürlich nicht. Können wir dann closen. Dann sind wir wieder hier. Hier sehen wir unsere installierten, also jetzt Darkness Falls und Apocalypse Now Experimental. Hier oben sehen wir dann einfach Play, Update. Falls es ein Update für die Mod gibt, kann man das hier dann draufklicken und sie updatet sich automatisch. Modlets, wenn man guckt, sieht man hier Modlets included in this Overhaul. Also was alles in der Mod drin ist, kann man machen. Wer möchte, kann hier selber noch Modlets reinpacken. Lassen wir jetzt sein. So, hier unten, das ist nicht so wichtig. Das ist wieder Discord, Donation, Website, Twitter. Genau dasselbe wie hier links. Unten Advanced, Delete, Backup, Saves und so weiter. Unter Delete Mods, Delete Temp, Reinstall lassen wir jetzt auch einfach mal so. Sollte eigentlich funktionieren. Hier haben wir nochmal eine Overview. Da kann man nochmal genau lesen, was es alles gibt. Und alles, was du jetzt noch machen musst, ist hier auf Play drücken. Dann brauchen wir wieder die Zustimmung von Windows. Blablablub. Und jetzt müsste er die Mod ganz normal laden. Wie man sieht, geht das Ganze schon an. Das kennen wir jetzt. Fun Pimps. Das Original Spiel. Und jetzt müsste er anfangen, dann die Mod zu laden. Wir warten mal kurz. Jetzt haben wir natürlich auch hier das Problem gehabt. Was heißt das Problem? Die Mod war sehr umfangreich. Das hat jetzt gute 20 Minuten gedauert. Bis er alles komplett installiert und geladen hat und so weiter. Andere Mods, die nicht so groß sind. Die sollten dann sehr, sehr viel schneller gehen. Und jetzt sehen wir schon hier 7 Days to Die Darkness Falls. Jetzt können wir ganz normal ein neues Spiel uns jemanden auswählen. Nehmen wir einfach mal Helen hier. Okay. LP kannst du einfach irgendwas einstellen, starten und loslegen. Und so easy installiert man Mods mit dem 7 Days to Die Mod Launcher. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Wenn ja, darfst du gerne einen Daumen hoch da lassen. Und falls du noch Fragen hast, hau sie in die Kommentare. In diesem Sinne, danke für deine Zeit.